Herzlich Willkommen bei Cap'n Zelda, wir sehen uns hier sogar auf dem Map Inferno, wieder mit dem Bassi, der ist wieder da. Ja, ich bin wieder da, ich war nur in Nordrhein-Westfalen. Nein, ich hab's versaut. Ich hab ein bisschen Zeus gespielt und Keller unter Wasser gesetzt. Oh, ist ein Spinner. So, wie wollen wir go machen? Und Blitzer hab ich auch geschleudert. Falsch, ach ne, falsch, ich muss das einfach machen. Dann rechts einmal flashen. Ja, hau rein. Oh! Ah! Ah! Sorry. Oh, ich dachte, der hat hier schon da. Ganz ehrlich, wir hätten rechts durchgehen sollen. Alter, der sitzt oben auf diesem scheiß Vordach, der Sack. Da hab ich noch nie gesehen. Oh, man. Da hab ich noch nie gesehen. Oh, man. Das hab ich noch nie gesehen. Oh, man. Das hab ich noch nie gesehen. Tja. Zeppelsäcker. War echt Bombe. Egal. Schießkoyern, aber alles cool. Echt egal, positiv denken. Ja. Oh, schießen oder was? was machen wir mal banane schnell wir machen jetzt teppichgang würde ich sagen was ist teppichgang ganz rechts apartment halt wo wird ein teppich war wahrscheinlich immer haus ha du doch nicht vielleicht ist das so eine quasi erst mein kugelfang teppich ja der killt mich halt und weißt du ich mein egal ich glaube das war eine gute ecco runde aber da war wieder einer niederspot du siehst ja ich hab es nicht gesehen ich habe gedursen getötet man ja wollen wir jetzt kaufen oder nicht nee wir machen noch ein echo nicht zu hören weil der bei sehr gut so wenig ich glaube der ist deutsch ja oder er spricht jedenfalls deutsch habe ich schon dann laufen falsche mitte dann laufen wir richtige mitte an ich weiß es nicht nicht allein rein ich habe nicht nur für die lebe vom witz ich habe mir so zugesetzt Ich glaub ich hab nur Platz für Atom in meiner Haffe So, jetzt können wir mal richtig go machen Aber wir gehen in B, für B bin ich nicht Ja B wär halt cool, weil kann ich Mitte decken, oder ich deck Mitte Ich deck B, Alter, mir wurscht, dann gehts hier Mitte hoch Ich hab mich verwirrt Throw in the smoke Appartements I am throwing smoke Grenade out Blutwang I am throwing a grenade Blutwang Ich bin... Ach komm Respekt on Anti-Action, Haupeer standing Ich kann den da Rauch werfen Und dann laufen wir rechts vorbei, je nachdem wo der Gegner ist Was dann nur, links oder rechts? Ich bin tot B, einer weg Oh Scheiße man, noch einer Rechts gleich beim Heuwang Jetzt schaut er vor, er schaut jetzt vor Auf B Auf B Echt Rechts Du musst ihm so ansagen, der hört das mit TeamSpeak nicht Du musst ihm so ansagen, der hört das mit TeamSpeak nicht Ich mute euch mal im Game Blenden Blenden Ach, da kann man auch legen Blenden Ach, da kann man auch legen Auf B Da mach ich jetzt mal B Aber nur noch keiner hinterher kommt Der hat, äh, der Salker hat Auto Ja Was heißt? Was? Weiß nicht was der vor hat Wenn langsamer, oder? Ja B, der macht B Ja, und schon ist er tot Was war's mit dem Beserker? Also B, nicht face man Bitte, mit da oben einer Schmuck Schmuck Ich kann ausrasten, Mann Diese scheiße Treppe, ey Diese scheiße Treppe, ey Ey, ich treff auch einfach nichts Scheiße Der in der Banane hat nen Hit Nein Ich muss jetzt nicht rushen Du musst jetzt nicht rushen Du hast gar nicht die Bombe Ich behalte die Aave sonst Das letzte Die Banane war gerade auf dem Step Achte Kunden Mh Da oben gerade auf dem Spot nicht hinter den Scheiß Da oben gerade auf dem Spot nicht hinter den Scheiß Get under Terrorists win Stirb nicht Mh Ja, mein Gott Sorry, ey Ich hab gedacht, das wär die AWP, Mann Der hat noch 9 AP Ja und, wir helfen tut's nix Droppen kann ich den nicht Hast schon... Nee, war schon, lass schon Ist egal, ich hab Locked Verdammte Scheiße, Alter Jetzt egal, positiv sehen Wir rocken jetzt so und trotzdem Ja, echt? Das seh ich auch so, positiv sehen Wir sind auf der T-Seite Können wir noch ein paar Runden holen Dann können wir das immer noch verziehen Warte, lass mich mal an den Rauch werfen Was hier von hinten Hast du ne Waffe oder was? Cool B frei? Weiß ich noch nicht so genau Hat den schon drauf Ja, B, B steht bloß ne AWP Ja, komm, Mann, go Smok vielleicht mal einer Ich kann nix smoken Kommt rein, kommt rein, sagt Sagt der ja Sagt der ja Dickei Ja, da war noch einer Bomb has been planted Aber hier Komm, 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 komm Da ist noch einer auf dem Spot, glaub ich Ich geh gucken Guckt? Was ist denn? Ja, hier ist noch einer Kommt jetzt, kommt jetzt Kommt jetzt Kommt doch nicht Ach, das ist der letzte Wo war denn? Bot A Fick dich, ich hau ab Wo war der? Ja, er ist wahrscheinlich hinten rumgelaufen jetzt Ja, bei A Oh Was er hat hinten Was ist denn? Was ist denn? Du hast eigentlich noch Anschließend geholt, Mann Du wieder? Ja, mein Gott Hier, du kriegst ne gute Waffe Eine Pampe Ja, Mann Ich versuch mal mit sie jetzt Das heißt, ich musste jetzt mal abaimen Lauf mir möglichst nicht vor dir Jeder hat sein Ding Aimen gemacht, das lief ganz gut eigentlich Ja, dann lass uns B machen, wenn die schon verpuschen Ja, der ist, der ist ja viel durch, Mann Und zwar Doch, wir sind durch Pass auf, da sind gleich links welche Mitte kommt einer runter Ne, doch, Mitte kommt einer runter Ich hab Banane Ich hab Banane Ach, Arschlochgang kommt einer Rammt Zwei, komm Arschlochgang Die letzten beiden Hallo Zwieg zurück zu uns Ich bin die zweite Linie wär ich gewesen Ich glaub, da hinten kann man schlecht zurückziehen Ach, Mann, die Waffen sind heute irgendwie so Hättest du vorher waschen müssen Einmal ne Waschmaschine oder ne Trommel und dann ab dafür Hab Per Woll genommen Du bist Zecker, machst du eigentlich richtig Der wascht B Aber wenn wir die ganze Zeit haben wir waschen, dann komm wir schon Ich zieht euch zurück Ich zieht euch zurück Geht nicht B Geht nicht B B Stimmestens 2, vergiss es Geht nicht B Vor allem, du hast die Bombe Ich deck hier, aim jetzt hier ab Du Kartoffel, Alter Wo? 26 Fahrten wir ins unten rechts Der Lowe hat rechts von dir Der Gang rechts Da hinten wurde ich getötet Der Buzzer ist Fuchs Okay, ich verschiebe jetzt falsche Mitte Okay Ich verstehe, ne? Der Buzzer ist Fuchs Ich ziehe jetzt nach oben 36 Sekunden Klar, schauen wir eh nicht mehr Letzte Kugel Ja Der ist von Livio zur Mitte 15 Sekunden 1 1 2 4 2 2 3 2 3 3 4 3 4 Der Berserger hat jetzt eine Der längste Smoke Ach, der Mitte kommt raus und gibt ihn mir, Alter, echt, halt Der Mitte links hat 33 weniger I am throw in the flashbang Okay Scheiße, da bin ich geguckt, Mann Was gibt's denn, ist der nicht da? Doch, Lila muss raus Nice Der ist weg CT-Bogen Noch mal ein Dauerfeuer, ey Einer noch Einer noch Es reicht noch hier Krankenkasten, ist unglaublicher Du brauchst was, ne? Ja Das Werk aber auch genauso was Das Problem Ich würde eigentlich gerne eine Aro holen Da, der braucht das I dropped you Okay Lasst euch doch nicht immer so einfach picken Alles cool, alles super, das war perfekt Das war jetzt der, damit haben wir nicht gerechnet Was hier geflasht und granatisiert wird, ey, total krank Was hier geflasht und granatisiert wird, ey, total krank Hausmeister hab ich einen Nein Friedhof steht einer Verdammt, er hat mir voll gerne ins Gesicht, ey Cool, ich blend mich selber durch den Boxen rechts Rechts Einer glaube ich auch. Der war oben im Fenster, dann kommt der andere unten raus und dann geht der oben wieder rein. Das haben sie echt gut gemacht. Leck mir am Arsch. P90 hat er immer noch. D-Rush. D-Rush? Ja man, es sind nur zwei Mann. Okay, dann bin ich gespannt. Weil er alleine gemacht hat, der Berserker, ja? Nur so nebenbei. Wenn da fünf Leute kommen, dann sind sie blatt, oder? Er macht's dreimal alleine und wir gehen. Ich sehe jetzt gleich, ich werd's ja nicht sehen, so okay. Ich bin dagegen, aber egal. Ich bin dabei, ich geb mein Bestes. Einer vorne an den Tisch. Da, da rögt er ein bisschen in die Hälfte. Du bist drauf drauf, da guck ich auch mal. Da liegt ein A-B-T, wer will. Geht euch schon? Komm, drei Stück Kai. Ja, Alter. Ja, Alter. Ich hab' nix, ne? Ich hab' nix. Ich hab' nix, ne? Scheiße, was los verschärfen. Jetzt einfach nicht schlecht. Fickt euch doch. Fickt euch doch. Rift auf. Raft hat er verabschied. Counter-Terroristen gewinnt. Hast du deine Sensi wieder hochgedreht, Kai? Warum? Weil du meiner Meinung nach zu schnelle Sensi hast. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht geht das nochmal eigentlich nicht. Eigentlich hab ich die runter. Vielleicht muss ich sie noch ein Stück weiter runter drehen jetzt für die Zukunft. So, aber ich bleibe nicht. Ich guck mal jetzt. Let's go! Hm? Wir hatten eine HE, weil die da immer vorne stehen irgendwie. Oh mein Gott, oh mein Gott. I am throwing a grenade! Grenade down! Throw in a flashback! Bitcoin! I am throwing in a flashback! Grün der Berserker wurde dahinten getötet. Wo die Bombe liegt. Eine Banane-Dame. Schön. Bin ich besoffen? Ja. G'schmuch! Ich guck jetzt Anti-Action. Ja hallo erstmal. Ha! Hallo Matt! Was geht bei euch? Zocken! Matt! Bist du noch AK? Ja. Auf zu B. Oder Heikal oder... Dann los jetzt. Swordfish nicht mehr, oder was? Ne, ich verlieg gleich mir mal. So. Bist du... noch Meisterwächter 2 Swordfish oder wieder 1? Mit einer Aufnahme. Ah ok. Dann bis später. Du kommst von CT-Berät oder was? Ja. Ist aber scheiße man. Dann ist er wahrscheinlich noch irgendwo im Arschgang. Ne, der war A oder? Bazaars Arschgang. Ich hab Banane. Kann ich zu Bazaars da. Ne, ich bin ähm... Ich trau dem nicht, ich hab aber schon mal in der Arschgang. Trotzdem kam hier, ich hab ich kassiert von da. Ah ok. Dann... Da war's. Auf dem Dach. Ja, das ist aufgesehen. Ich spiele auch gerade so Kacke. Hallo, ich habe einen Kill, ja. Oh, jetzt hängt, ey, das ist immer das Geilste. Sorry. Barschlecken, 350. B habe ich einen. B habe ich einen. Barschlecken, 400,000, 300,000원. Da muss fahrt man uns rum Ich hab Diplo Ich hab Bogen Das ist zu ruhig, so ist das doch Wenn wir sechs Runden als Tee holen, ist das eh gar kein Problem, man, echt Na ja, kein Problem würde ich auch nicht sagen, man wird nicht regant werden, aber zumindest... Das ist ein... Saugut Wir gehen schon recht gut Aber weißt du, ich hab... Ich weiß ja, das Kuh ist ja regelmäßig geschossen Da wusste ich ungefähr, wo der steht, weil die Schüsse aus der Richtung kamen Also hab ich einfach reingeben und hab den geholt So kannst du einen gut in der Smoke retten, das ist echt geil Ja, also da ist keiner Banane, aber keiner offensiv Trauen sie ihm nicht Apartment ist oben einer Balkon vielleicht jetzt Trollfeing 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 Anti-Action, CT Bogen Könnten auch versuchen zu verschieben Der kommt jetzt Piplo, bestimmt Piplo hab ich, dann mach ich jetzt Bogen Was? Ich geh jetzt Action mit der Bogen Schön Da sind wir alle Blick A Deiner Hausverlager, oder? Blick A Zauber, Mann, zauber Hier war echt so dumm, Mann, dass ich ihn gekillt hab Ja, ich hab einfach gewartet Da wird schon was heißen Ja, ich geb's wenigstens zu, Herr Es läuft jetzt, aber wir verständigen uns jetzt gut Jetzt weiß der eine, wo der andere hinguckt Wir aimern vernünftig untereinander ab Das gefällt mir sehr gut Das läuft gut, Leute Läuft super, perfekt Genauso, Marc Und das Schärfste ist, Mann, dass der Fünfte nicht mal Dass der Fünfte es nicht mal zuhören kann und einfach mitmacht Ja Ich habe eine Grenade Ich habe eine Grenade Ich habe eine Grenade Trollfleisch Zwei rechts Zwei rechts Und einer links Okay, das heißt nur zwei auf B, definitiv drauf Ja nee Lo- der geht mir halt auch durch die smoke, Alter, ja Verdammt Ich hab... Kai deckt hinten Ja, aber nur mäßig Ich zieh mich jetzt zurück Supergeil Die Bombe legt da im Auto Voll geil 40 Sekunden Letzte Runde Da geht's A, go Egal, lass uns das blow machen Alter, wie ich ihn drücke Und er geht nicht down Hast du gesehen? Ich hab mir nur noch die Eier getragen Aber egal, trotzdem war's ne gute War mein Gott Raxels Rrraxel was? Raxels, er hat's einmal seinen Namen gesagt Raxels, er ist ein Pokémon Ah, was soll ich denn? Ich nehm mich jetzt Beamer Ich nehm mich jetzt Beamer als Zahn, Mann, echt Wer geht B? Nicht Nicht Ja, so, er hat mich wieder aufbauen Warum ist hier jetzt ne... A, K? Die kommen wahrscheinlich B Bei Decoys Mitte Ruhl man Drei aus Ne, die sind doch Mitte Ich brauch Hilfe bei A, die kommen hier Friedhofer, einer drauf Ja, ich hab Anti-Extra Oben hausmeißen, sie sind schon aufm Platz drauf Ich bin schon drauf Ey, wie der nicht umfällt Ah, im ESP-Nuriert Verstehst du's nicht Mit einer in den Friedhof einmal Einer oben auf den Friedhof, der hat's mega loader Boah, der da spottst, der letzte Da ist das Ich hab zu Ne, es waren eh noch zwei Es waren eh noch zwei Echt? Ja Woll grad sagen, weil nämlich der von Balkon hat ihn ja gekillt Nicht der aufm Spot Super cool Komisch Naja, egal Verkühlen Countryman Ich fahre so auf ihm drauf und noch lockerer kann ich eigentlich nicht schießen. Okay, er ist Anti-Action. B, was wir schon gespürt. B. Das ist klar, wir machen jetzt halt einen B-Rush. Falsche Mitte, kommt jetzt gleich von hinten. Banane kommt von hinten, Achtung, Banane kommt. Galil hat er. Nein! Der eine hat Galil. Der Kampf muss Richtung Banane kommen. Genau von da habe ich ihn vermutet. Ja, ich habe den auch eröffnet und gehört. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt. Oder? Ich weiß nicht, lieber noch eine Runde verkacken. Ja, Basti hat schon wieder alles voll gekauft, wie immer. Nein, ich finde seine Scheiße, die letzten vier Runden nicht zu kaufen. Hat jetzt nicht gekauft. Ich habe jetzt gekauft. Ich auch. Wir würden zwei Leute kaufen, sonst scheiße, Mann, echt. Ich komme schon. Ja? Ich verstehe mich schon noch. Nein, 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 nicht verschieben. Ich habe nur... ... 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 Ich hab hier Balkon, ne? Hinten Ok Jaaa Oben Fenster Bombe A Eine Minute noch Die AK zu picken? Nee Kann sein das jetzt Erwählen Ist Ome im Hausmeister drin, beziehungsweise im Döner Wollen wir mal noch da, oder? Schwigs Die gehen durch Anti Geht schon, oder? Und jetzt CT-Bogen? Ja, CT-Bogen letzter Kommt Anti Und ich hatte O Der wird jetzt mich verarschen Natürlich, Mann, fick dich 47 Gebe ich ihm nur, alter Leck mir doch im Arsch Das... Sowas frustriert mich Obwohl wir haben aber gut gespielt, dann letztendlich ist's... ist's dann alles halb so wild Ok, steht bitte zu Banane Flashbine Throwing smoke Ok, Basti, wenn sie hier kommen Oh, ne Orange Oh Mann, der kommt doch da, Mann Bombe A Letzter 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 Bombe down, Mitte Abartments war der, ne? Ja, wahrscheinlich schon Ach, die Apartment Ausgänge schließen Und dann warten Counter Terrorist Oh, ihr sterbt total dämlich, Mann Egal, vielleicht war es das, was sie gebraucht haben, um dann in unsere Völle zu tappen oder so Ich hab die grad ziemlich lucky durch die Smoke nur die Füße gesehen und sind sie hintereinander gestanden Dann hab ich den ersten und dann ein bisschen weiter weg, den zweiten weg gehauen, ja War relativ glücklich für mich mit der Smoke diesmal Muss ja auch mal Glück haben, oder? Wärm Flägt 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 Gefahren Flägt Flägt Ich hab' schon den Action durch gemerkt Ja, ja, ich bleib' trotzdem an die Action Auf dem Spot, auf dem Spot. Der Berserker rastet doch voll aus, oder? Das gibt es nicht. Einer noch. Wie die Rastet voll auskommt. Wenn du springst, dann ist klar, dass du nichts trist. Ich saß drauf. Händen. Biblio. Ist jetzt On-Spot. On-Spot, Left-Sat-Aliion. Versteck mich, der Berserker. Der hat doch die Bombe, oder? Nee, alles cool. Lass der Berserker direkt dicht dran. Der hat die Schotti. Nee, der Berserker sieht das auch. Ich sag dir, wenn der Friedhof geht. Aber vielleicht geht der hinten Anti-Action. Egal, das kriegen wir auch mit. Maybe Anti-Action. Maybe. I don't know. Ja, Anti-Action. Fallback, fallback. Okay, don't hesitate. Okay, jetzt bleibt der Fertig. Er hat einen Brand geworfen. Lass dich nur nicht picken. Berserker, kann ich mir einen M4 oder so? Ich geh den jetzt mal Kunknacken. Oh, ich geh den jetzt mal Kunknacken. Ey, ich treffe nichts, Alter. Voll, zurück. 3B. Ich bin in den Arschgang verschoben. Pass auf, kann noch einer warten auf euch. Da eine steht für den Spot links. Oh, da ist ein Arschgang reingekommen, ey. 75 Damage hat er bekommen. Der letzte ist im Arschgang. Der letzte hat 25 AP. Ja, ja, jetzt kommt der Arschgang. Kommt, da war er ja. Nice. Ich hab immer das Gefühl mit dieser scheiß Highland M4. Die anderen machen mein jubelstes Dauerfeuer und geben mir die jubelsten Hände. Und wenn ich mal Dauerfeuer auf Leute drauf machen will, gehen die Kugelnübel in die rum. Ich verstehe es nicht. Das ist Counter. Ich vert masse das. Die Bombe ist B. Ich verstehe es. Ich verstehe es nicht. Weltmeister, ne? Oh, ich bin mega blinds, ich bin mega blinds Kannst du mir helfen? Achtung! Oh, was ist denn? Oh, mehr Flash! Ich bin gerade im Arsch Ey, ey, ich treff den jetzt! Weiß nicht, ob sie jetzt die Bombe gepickt haben, ich guck mal Oh, da war noch einer, links um der Ecke So, ne? Den hab ich Auto, Banane Auto So Du Pisser, Mann Der Kiwi gibt mir nicht immer, Alter, was ist mit dem, hä? Kiki Kiki, ich sag ja, die Kiwi haut mich nicht immer um Brauchst du ne M4, oder was? Legs Ne, ich hab alles, was ich brauch Magst du mit der Waffe wirklich spielen, Alter, hä? Ne, ich muss Wurst, jetzt lass ihn Er kommt damit auch zur Nutzung Das ist ne kurze Distanz, was wir hier machen Hier ist ne kurze Distanz, was wir hier machen Laying down smoke Throwing a grenade Throwing a grenade Deploying flashback Grenade Okay, haus Baza hast du auch noch ein Rauch? Guckst du, guckst du oben Balkon? Jo, ich hab mit dir noch gesmoked Ja, guck, Balkon Die Balkon in der Fall ist ja dann um die Ecke gekommen, ja Ja, ich sag dann an, wenn sie um die Ecke kommen Die kommen raus, die kommen raus, kommen Anti-Action und Action raus Die Bombe ist schon gesehen? Schwer zu sagen, ob wir die hier pushen Schwer zu sehen Schwer zu sehen Schwer zu sehen Hast du Anti-Action? Könnt ihr einer auf B bitte bleiben? Äh, das bleibt gut Oh, A besteht da Ach, roll dich Rock, roll dich Throwing flashback Pombas, fombas, fombas, fombas Die waren alle komplett auf W Ar drauf Alle drei Einer geht hinter dieser Kiste Direkt rechts Einer on-spot Der andere hat sich Richtung pit oder Balkon verschoben Weiß ich nicht Ja Ja, das war der, der die Bombe geplantet hat. Einer war hart rechts am Spot hier, da stand die Kiste. Egal. Kauf ich mir jetzt ein AWP oder nicht? Wenn du mit dir drückst, dann kannst du machen. Ne, mach ich nicht. Ich drück mich ja schon, aber nicht auf dieser Map unbedingt. Wenn die pushen, dann wird's schwierig. Dann brauchst du was, womit du dich sprayen kannst. Hast du mich noch? Kannst du einen CT-Bogen verschieben. Pass auf, glaub. Trink die Bogen. Minus Smok, schmalen. Danke. Flaschbein. Greniered out. Denk mal, der steht noch mit seiner Dreckstraße da. Ich geh jetzt, äh, Hayes. Einfach defensiv. Ja. Wenn ich ihn irgendwie ins Kreuzfeuer nehmen kann. Genau. Auch so seh. Soll du mit dir zur Tür her? Ich, äh, ne, ich sehe mit dir nicht. Ich sehe die Tür eher. Ja, 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 hier ist einer. Okay, ich verschiebe. Ich treffe ihn schon wieder nicht, Alter. 2B. Ey, ist das dein Ernst? Ey, ist das dein Ernst, Alter? Ich treffe einen von denen. Einer ist, äh, Y. Einer ist rechts. Und ein. Greniered out. Deploying Flashback. Greniered out. Nice. Einer noch rechts im Eck. Letzter lang. Ja. Defusing. Dann habe ich nur ein paar Mal getroffen und habe nicht umgefallen, der Penner. Ich verstehe es nicht. Ich habe den Käpt'n C.O. noch vor meinem Namen stehen. Ja, die ganze Zeit schon. Das ist ja das Coole. Also, ich komme meiner Pflicht nach. Mit 26, 14 brauche ich jetzt einfach mal. Das tut mir gut. Ich bin auch. Ich bin Kugelkang. Ja, das ist gut. Passt schon. Wird auch gebraucht. Ist los? Ja, muss ich ja auch. Ich mache das selbe fast. Also, was wolltest du von mir? Du machst das nur fast. Throwing Flashback. Ich muss noch nicht mehr. Flashback. Ausstipps. Ja, Aus. Wurde gepickt. Ich werfe jetzt noch ein prophylaktischer Grenad an den Bömer. Oh, ich habe einen Brand ausgemacht. Egal. Ich stehe jetzt haze. Ein bisschen los schackelt der Dach aber noch. Throwing a grenade. Schön. Wir sind immer noch Haus. Banane aufpassen. Nicht zu sehr lieb. Eventuell kommen die noch zu euch. Trauen die sich gar nicht. Schön ist die EM vielleicht gleich in Mitte die Standard-Authentwicklung. Dann können wir die hier nicht... ...flash einmal. Ja. Flasch einmal. Sauber. Mach. Gratiered out. 30 Sekunden haben die noch. Das reicht. Gratiered out. Warst du das? Ja, ja, war meine. Oh, hier kommen so B. Einer. Ich verstehe. Bleib du da. Bis. Denny Flash. Hab mich. Nice. Bombe B. Bombe da rein. Hier steht für Kreuzfeuer da. 7, 6. Ja. No battle in the air. Counter-Terrorists win. Nee. Nee, da ist keiner, glaube ich. Egal, ich hab auch nochmal drauf geschossen, sicher zu hören. Das ist das Schöne daran, dass man keine Munition kaufen muss. Das ist nicht so wie früher bei 1,6, ey. Ja, Mann. Schönen, schönen Punkt und, äh, und, äh, Komma. Das ist ja nicht. Da hat die USP ja noch ein paar Schuss gehabt, ey. Ja. Selbst B. Mitte kommt. Rauch bitte. Ah. Hier steht wieder Haze. Schönen, Jungs. Sagt, wenn die da hat, kommen. Deco is out. Ja, die kommen hier gleich garantiert, ey. Flash einmal. Schönen, Flaschbein. Schönen, der. Soll ich verschieben? Flo? Nee, ne? Weiß nicht, ich kann es schlecht sagen. Schön, Jungs. Warte mal. Lauf'n, glaube ich, Bananen wieder runter. Ja, Mann. Mit dir einer weg. Okay, ich gucke falsch. Hab' hier noch Bananen, Bart? Jetzt erstmal nichts mehr. Leps. Ja, der ist hinter dem Wagen, glaube ich. Ja, denke ich auch. Ich hab grad was, also ich hab auf jeden Fall gerade den Kopf sich bewegen sehen. Meinst du den Holzwagen? Ja. Achso, okay. Es sah aus, als ob einer hinter der Lanke laufen ist, aber auch sein, dass mich geirrt ist. Noch was zum Schie-Werfen? Vielleicht war das auch einfach nur ein Blutfleck, den ich gesehen habe. Ich glaub, die wollen jetzt Bananen kommen, bestimmt. Sehen. Ja, sie kommen. Ah, T-Rampe steht der letzte. T-Rampe. T-Rampe ist der letzte. Was ist denn T-Rampe? T-Rampe? Rechts, hart rechts. Hab'n gehört, aber. Schön. Noch ist nicht vorbei. Noch vier Runden, dann haben wir das Ding gegessen. Ja, ich komm, ich kauf lieber wieder ein Vier, bevor ich mit AWP in der Mitte die Scheiße baue. Was der Vier hat, keine Ahnung. Wenn einer Polnisch kann, bitte mal besitzen. Ist das Polnisch? Ist das nicht Tschechisch? Könnte auch Tschechisch sein, aber für mich sind die beiden Sprachen gleich. Falls nicht, der, der keine Ahnung hat. Nur ein Wort aus Polnisch. Das Wichtigste, da kommt so. Kurwein. Ja, die kommen, die kommen hart. Hart was. Ich glaube, Pause, weil der gleich wieder zurück ist. Throwing smoke. Throwing a grenade. Ja, die kommen hart. Okay, ich stehe haze. Wir sind mal Richtung 10. Ja, pop, eh, nicht popdocs, sondern ausm- Äh, du mal noch B. Ja. Gernade up. Ich hab' ich geflasht, die Pelle. Bleibt def. Lasst euch nicht von den Idioten wegen. Swoke. Schön, die raus ist gut. Gießen wir auch auf dem Spot an. Bin auf dem Spot, ja. Schön. Bleibt def. Ausmeister, einer weg. Gut. Ausmeister, komm, ist bestimmt nochmal. Ich lad nach. Wo guckst du? Ich partner gar nicht. Ich stehe an der City Base und gucke Richtung B. Du schaust Hau, äh, Tür oder was? Ich schaue, äh, Mitte. Gut. Aber ich sehe nicht, wenn er um die... ...er Mitte kommt. Alter! Die sind raus, aber Anti-Action, äh, Anti-Action. Two, both. Two, Bomb also. Maybe CT. Wie kommt CT Base, pass auf. Nee, nee, die gehen Richtung A. No, Bombe down. Oh, der CT läuft Bogen wieder rein. Das hört dich nicht. Alter. Boah, ich wollte gerade schon sagen, Alter, geh doch weg mal mit deiner... Ja, ich wollte gerade schon sagen, schaut die Zeit an, Alter. Was? War Zeit fast, oder was? Nice, nice job. Good team play with you per second. Really good. Yeah. Nice job, but next time look a little bit on your time. This is one, only three seconds. All is fine. Yeah. Yeah. Aber wenigstens hat er getötet, Mann. Ich wollte es schon bei der Vase schon sagen. Wo ist er wieder? Ich glaube ich nur... Bombe down mit, ich bombe down mit. Ich glaube ich nur... Bombe down mit. Ich bombe down mit. Ja, genau. Ich bin mit der M4, gell. Mitte oben ist die da. Naja, die liegt oben zwischen, äh... Okay, ich geh jetzt. Banane runter. Falsche Mitte. Ich bin Banane runter. Nice job, Mann, Alter. Das ist doch ein geiler War. Den darf ich nicht, Alter. Der kämpft, Mann, Alter. Ist auch so. Aber womit es positives Denken? Geil. Na ja, positives Denken, ja. So eine Scheibe. Ich habe noch nie gesehen, dass ein War gewonnen wurde durch Negatives Denken. Spaß am Spielen. Genau, ist auch so. Die pushen jetzt irgendwo halt, die haben irgendwie schon aus Freude. Netze. Nein, nein. Ja, nicht bestehend. Irgendwie die Granaten oder so gebrochen. Throwing smoke. Throwing flashbang. Hast du Step gemacht eben? Nee, ne? Oh, eher Step gemacht auf B. Hausmeister. Okay. N, nochmal. Ah, das sieht sich denn. Ich hab drüber, komm. Ich hab hier so meine Leute. Schieb mal drüber. Schieb drüber, ja. Komm. Grenade. Der ist im Sandkasten. Low. Oder was heißt low? 50. Komm rüber. Erleg die Bombe. Ball. Bomb has been planted. Letzter war Apartments. Balkon. Guckt, Balkon. Ohohooo. Alter, das ist denn geil. Braucht irgendjemand was? Nee, wir sind alle geil. Ja, wegen 50 Euro ist es mir nicht Ausgang für die zweite Flash, aber scheiß drauf. Wenn wir jetzt verdienen, dann schon. Ja, wegen der zweiten Flash, wenn du nochmal geflaschen könntest. Aber mit vier Mitte. Ich bin relativ hinter mir, da. Ich meine, CityWays. Mir bleibt immer schön B, bleibt immer schön. Äh, nee, nee, ich meine bloß, dass ich Richtung CityWays gehe, dass einer links, einer rechts steht. Ich stehe jetzt mal Haze. Steps Mitte. Gesmoked. Action ist gesmoked, komm wahrscheinlich Anti-Action. Hast du noch eine Granate oder sowas? Hm. Noch kommt nichts. Ich kann aufheben, falls ich Flashy muss. Jetzt kommt was für Steps. Verschiebe rüber. Ich nie und nimmer. Okay, ich verschiebe. 60 Damage, kommt rum, mit Avis am Grill, der andere kommt auch, beide Avis. Scheiße. 2 AWP's. Einer hat 65 Steppich bekommen. Beinen hab ich. Boah, beide hinten. 2 noch, 2 noch, 2 noch. Warte, bis zu legen. Wartet, bis einer legt oder so. Achso. Ich bin jetzt rechts, ich bin als Ruine. Oh Gott. Die haben noch nicht gelegt. Play slow. They don't, äh, lay the bomb now. 9, 7. 6. 5. Jetzt legen wir einen. Nice. Alter, GG. Comeback ever. Super geil. Noch eine Mission. Well played, guys. GG, GG. Was sind denn diese komische Missionen? So, jetzt gucken wir nochmal so. Alter, gute Ränge, Alter. Egal, gut.